Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Herr Jesse und ihr seht schon im Hintergrund, es wird mal Zeit, um über Atem des Todes zu sprechen. Ja, Atem des Todes braucht ihr ja in Diablo für alles, sei es zum Herstellen, Umrollen, was auch immer, Atem des Todes wird gebraucht. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, wie man schnellstmöglich an ADT kommt, aber eine kleine Änderung gibt es auch in Season 20. Denn Season 20 mit der Möglichkeit, kein Eiswürfel und der Option, das war schon aus einer der letzteren Season, dass man bei dem ADT-Set, also bei diesem Set der Weißen, noch ein Item hinzugefügt hat, kann man das in der Regel mit den Meistern 6er-Sets kombinieren von den einzelnen Klassen. Ich meine, ihr seht hier jetzt gerade den Wirbelwindbar, aber es gibt natürlich auch bei den anderen Klassen die Möglichkeiten, 6er-Set anzuziehen, das Ganze mit dem ADT-Set zu kombinieren und damit die Anzahl der Atem zu verdoppeln. Also nicht nur einer mehr pro Gegner, wie es damals mal früher war, für die, die ein bisschen später eingestiegen sind, sondern wirklich die Anzahl hier zu verdoppeln und das Ganze dann noch auf den hohen Qualstufen, Qual 15 und 16 zu spielen, weil ja der 6er-Set-Bonus aktiv ist. Also früher musste man sich entscheiden, das muss man jetzt hier nicht mehr machen, das kann man jetzt hier optimal mitnutzen. Und dann gehen natürlich schon einiges an Anten des Todes. Nur in Season 20, also es ist jetzt wirklich nur für die aktuelle Season, Wirbelwindbar, 6er-Bohne und dann Kanais-Würfel. Und wie ihr ja wisst, können wir in Kanais-Würfel auf jeden Slot jedes Item bringen, zwar nichts doppelt, ist auch klar, aber für die Sachen, wo man jetzt hier überall alles doppelt bringen kann, ist auch jede Klasse in der Lage, ihren 6er-Set-Bonus mit dem ADT-Set zu kombinieren. Im gegebenen Fall müsst ihr vielleicht irgendein Item aufgeben oder so, aber es unterm Strich lohnt sich das fürs ADT-Farmen auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich neben den normalen Rifts, da steigt ihr schon mindestens mal mit 1000 Atem aus pro Stunde, gibt es ja noch die Möglichkeit der Flechtringe. Die Flechtringe kennt ihr ja, Flechtringe und Rinder-Badike, da werden die Bonus-Level in Diablo aktiviert. Und wenn ihr so einen Flechtring macht, dann sind drin den Goblins, Goblins zählen natürlich auch dazu. Und wenn ihr einen Goblin tötet, gibt es da natürlich auch die doppelte Anzahl von Atem des Todes. Wenn ihr einen blauen Goblin tötet, ja ich weiß, war ein bisschen lucky, dass wir hier einen hatten, wenn ihr einen blauen Goblin tötet, gibt es einfach mal, was waren es, 90 oder 100 Atem des Todes, weil ja jeder kleine Goblin das Ganze droppt. Jetzt kann man da natürlich noch eine Schippe drauflegen, wie es so schön heißt, nach dem Motto höher, schneller, weiter und einen uralten Flechtring nehmen. Denn wie ihr wisst, damals ist schon länger her, öffnet sich ein anderes Portal, wenn ihr einen uralten Flechtring nehmt und da sind da viel, 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 viel mehr Goblins im Flechtring. Und durch das ADT-Set und der Multiplikation, der Verdoppelung der Atem und der ganzen Gobus, die sowieso schon drin sind, kommt ihr hier auf eine relativ und ziemlich lachhaft hohe Summe von Atem des Todes, welche ihr hier einfach über die Flechtringe mit dem Bonus aktiviert und natürlich mit den Gobus, die hier droppen, sammeln könnt. Also wenn man da mal eine Runde vor- und anschließend zurückdreht für die ganzen Atem, ich habe jetzt extra alle liegen lassen, ich glaube wir hatten ungefähr 350, dann fährt er hier durch, tötet alle Gobus, die eben drin sind, abgesehen von Gold und den ganzen anderen Mats, sieht das dann hier auf jeden Fall so aus, am Ende kommen wir mit plus, ich glaube 150 oder 250 Atem sogar raus, müsste man nachschauen, das waren 350, ich glaube es geht auf 500 hoch, also 150 oder über 150 Atem kommen da raus, wir hatten keinen blauen Gobu oder so dabei, also wenn da noch ein blauer dazu kommt, dann kommt ihr da mit 250 bis 300 Atem des Todes raus und das Ganze dauert zwei bis drei Minuten, also wenn ihr ein paar von den uralten Flechtringe und auch den normalen Flechtringe rum habt, dann schafft ihr hier easy die 2000 Atem pro Stunde, wenn ihr das farmt und immer wieder zwischendurch die normalen Sachen, also es wird sich auch sicherlich hier die Community freuen, wenn ihr bei uralten Flechtringen mehr Leute einlädt, damit die hier natürlich auch ein bisschen davon profitieren können. Ja vorne, Season 20, kein großes Thema, kein Eiswürfel, 6er Set Boni, 2er Set, Set der Weißen, ich mache euch noch eine genaue Beschreibung unterhalb im Link und dann seid ihr für Atem des Todes ready und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß, wer noch einen Tipp hat für die anderen, ab damit in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.